Auch in diesem Jahr fuhr das TZ Wiesenmadl vom letzten Jahr mit den zwölf Finalistinnen von heuer hoch auf dem sechsspännigen Wagen vom Maximilian Neum bis zur Theresienwiese. Und auch in diesem Jahr wurde der Zug begleitet von den stramen Wadeln und durstigen Kehlen des Burschenvereins Feldmoching. Das trübe Wetter tat der Stimmung keinen Abbruch, wie die Bewerberinnen bestätigen konnten. Mega! Ohne Scheiß. Das ist echt eines der geilsten Sachen, die ich in meinem Leben erlebt habe. Es macht super Spaß, den Leuten zuzuschauen, zu winken, hier zu feiern. Die Jungs sind super. Danke TZ, dass wir das erleben dürfen. Wahnsinn! Es ist unbeschreiblich. Wirklich ein einmaliges Erlebnis. Super, super toll. Unglaublich. Man kann es gar nicht in Worte fassen. So etwas müsste man jedes Jahr mitmachen. Ich verzichte auf mein Dündli, möchte einfach nur jedes Jahr mitfahren, bitte. Die Wahl zum diesjährigen TZ Wiesenmadl findet am Donnerstag im Löwenbräukeller statt. Das war's für heute.